Pluton! Pluton! Ist das... etwa... Pluton! Wir sind für eine gerechte Sache hierher gekommen, nicht wahr? Deshalb sind wir hier, oder? Ist es nicht so? Menschen und Roboter kommen sich immer näher. Das hier ist das erste Zeichen. Korrekt. Nehmen wir mal an, dass eine ultimative KI existiert. Was würde geschehen? Das Einzige, was sie sind, ist eine verdammte Kellermaschine! Es spielt für mich keine Rolle, ob es ein Roboter oder ein Mensch ist, denn in ihm steckt ein Dämon. Ich liebe dich, Papa. Und deswegen bin ich mir sicher, dass Tobio mich gehasst hat. Wenn die Flut zurückkehrt, werden diejenigen, die die Arche betreten, die von Gott aus Erwählten, sein. Werden es die Menschen oder die Roboter sein? Das stimmt nicht. Das ist nicht wahr. Ich weiß, wie traurig sie waren, als sie vor Tobios Kram standen. Dann können wir ja endlich beginnen. Und zwar mit der Erschaffung unserer neuen Welt. Und da ich der Einzige bin, der das begreift, werde ich den besten Roboter aller Zeiten erschaffen. Darf ich Sie was fragen? Verschwindet der Hass, den ihr fühlt, jemals? Oder bleibt er, egal wie oft man versucht, ihn zu vergessen? Luther! Ich weiß es auch nicht. Auch Mia tropft diese Flüssigkeit runter. Und ich weiß nicht wieso. Ich weiß nicht, wie viele Leute sind die Flüssigkeit. Ich weiß nicht, wie viele Leute sein. Das ist das ganze Welt. Armel. Wir sind die Flüssigkeit. Wir haben nicht in der Flüssigkeit.